Borgwart meets Borgwart. Genauer gesagt die Designertaschen von Petra Borgwart und die Borgwart Isabella Coupé von Josef Ellers aus Vechta. Diese stammt aus dem Baujahr 1960 und schafft 120 Stundenkilometer. Nun geht es mit allemann rüber zum Landschaftspark Meierhof in Mühlen. Dort gibt es ein Shooting mit den Fotografinnen von Libelle Fotografie aus Lohne. Außerdem folgt ein Interview im Hause Kreuzritter, das die Promenadenreporterin Sandra Ischen-Langen führt. Die Fotos und den Artikel findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade am 27. Mai 2017. Untertitelung des ZDF, 2020